Seit 2010 bringt KIA richtig schöne Autos auf den Markt. Der Picanto ist das Kleinwagenkonzept von KIA. Das aktuelle Modell ist seit ca. 6 Monaten verfügbar. Mein Picanto in der Ausstattung SPIRIT wirkt durch die rote Spoilerlippe und den 175-50er Bereifung richtig potent. Wobei sein 1,2 Liter Benziner beileibe kein Sportler, aber sehr wohl ein angenehmer, souveräner und sparsamer Begleiter ist. Mit seinen Abmessungen und dem Wendekreis von nur 9,60 Meter ist der Picanto perfekt für innerstädtische Bedürfnisse optimiert. Bedarfsweise rennt der Picanto aber auch Geschwindigkeiten bis 175 kmh und kommt dank vier Scheibenbremsen auch sicher wieder zum Stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020